Hey, schick mir das Foto! Ein Satz, den man sicher schon das ein oder andere Mal gehört hat, wenn man ein Foto mit Freunden gemacht hat. Der HP Sprocket soll dabei helfen, Fotos schnell für das Gegenüber zugänglich zu machen. Als echtes Foto! In der OVP des Sprocket versteckt sich der Fotodrucker selbst, ein USB-Kabel und ein paar Infozettel. Ein USB-Netzteil legt der Hersteller nicht bei. Damit es losgehen kann, muss der Nutzer Papier in den Sprocket einlegen. Hierfür wird der Deckel vom Drucker genommen und bis zu 10 Stück Papier in das Innere des Sprocket gelegt. An unterster Stelle liegt ein Smartsheet in Blau, über welches der Drucker kalibriert und gereinigt wird. Diese Kalibrierung führt ja am besten immer durch, wenn das Papier im Inneren ausgetauscht wurde. Damit die App Bilder an den Sprocket schicken kann, wird das Smartphone mit dem Drucker via Bluetooth 3.0 verbunden. Wer sich jetzt fragt, wann ich erkläre, wie man die Druckerpatrone einlegt, den muss ich enttäuschen. HP setzt beim Sprocket auf Zero Ink Technology, kurz Zink. Der Sprocket kommt somit komplett ohne Tinte aus. Die Farben sind bereits im Papier enthalten und werden durch Wärme zum Vorschein gebracht. Der 170 Gramm schwere Drucker im kompakten Festplattenformat kann also nicht zufällig in Eurer Handtasche auslaufen, wenn Ihr ihn unterwegs dabei habt. Hierfür eignet sich der Sprocket übrigens wunderbar. Einfach in der Jackentasche verschwinden lassen und im richtigen Moment wieder zücken. Der Sprocket kann Bilder aus Eurer Smartphone-Galerie, aber auch aus sozialen Netzwerken drucken. Zuvor könnt Ihr Eure Bilder aber noch mit eigenen Filtern aufhübschen oder die Farbgestaltung verändern. Wer möchte, kann in Fotos Sticker oder eigene Texte hinzufügen. Die bearbeiteten Bilder können in sozialen Netzwerken geteilt oder auf dem Smartphone abgelegt werden. Bereits abgespeicherte Bilder lassen sich erneut editieren, wenn einem der eigene Picasso doch nicht mehr gefällt. An einer späteren Stelle dieses Videos habe ich den Druckvorgang ordentlich in der Postproduktion beschleunigt. Ganz so schnell ist der Sprocket nicht unterwegs. Der gerade laufende Beispieldruck benötigt knapp über 21 Sekunden, bis man ihn dem Sprocket entnehmen kann. Der Mini-Fotodrucker bleibt dabei erfreulich still, wobei ich fast sagen würde, dass es beim Sprocket nicht darauf ankommt. Die Umgebungen, in denen der Sprocket drucken dürfte, sind in meinen Augen allesamt lauter. Wer möchte, kann die Rückseite des Fotos abziehen und es zum Beispiel auf den Notebookdeckel oder die Smartphone-Rückseite kleben. Für ausreichend Power sorgt ein 500mAh-Akku im Inneren des Sprocket. Jener wird über Micro-USB geladen. Nach dem Druck von 27 Bildern musste ich den Akku erneut laden. An einem Partyabend seid ihr also vollkommen safe. Wenn nicht sogar noch deutlich länger. Ist der Sprocket dann doch einmal leer, benötigt er knapp 90 Minuten, bis er wieder vollständig aufgeladen ist. Erfreulicherweise kann man den Sprocket auch mit angeschlossenem Netzteil verwenden. Zwar arbeitet der Sprocket komplett ohne Tinte, dafür benötigt ihr regelmäßig neues Papier. Die Kosten lassen sich aber sehr einfach bemessen. 20 Fotos kosten euch 10,50 Euro. Hochgerechnet und verglichen mit dem Papier von aktuellen Sofortbildkameras kommt man in etwa auf das gleiche heraus. Auch wenn der Preis pro Papierpackung auf den ersten Blick etwas teuer erscheinen kann. Der Text von Schatzi schenkt mir ein Foto war noch nie so einfach und komfortabel umzusetzen wie mit dem HP Sprocket. Der superkompakte Fotodrucker passt in jede Hosen, Jacken oder Handtasche. Statt eine zu weit dicke Sofortkamera mitzuschleppen, könnt ihr einfach eure Smartphone-Kamera nutzen, um gemeinsame Selfies oder ähnliches auszudrucken. Wer zuvor Bilder von anderen Quellen wie der DSLR oder der GoPro auf das Smartphone übertragen hat, kann natürlich auch diese ausdrucken. Der Sprocket ist somit ein spaßiges Gadget, mit dem man seine Gäste oder Freunde überraschen kann. Wenn man zum Beispiel ohne Ankündigung das eben geschossene Selfie überreicht. Man darf sich den Sprocket nicht als normalen Drucker, wie er daheim auf dem Tisch steht, denken, sondern eher als nettes Gadget, mit dem man auf einer Party glänzen kann. Auch, wenn er vielleicht so viel kostet wie ein normaler Drucker. Die Idee scheint anzukommen. Oft ist der Sprocket ausverkauft und die Lieferung kann zwei bis vier Wochen dauern. Erfreulicherweise bucht Amazon aber bekanntlich erst ab, wenn der HP Sprocket zu euch unterwegs ist. Ihr habt noch Fragen zum HP Sprocket? Dann ab damit in die Kommentare. Für mehr Videos von der NerdBench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die NerdBench.